was geht ab leute herzlich willkommen zu einem neuen let's play von uncharted 1 hier sind wir stehen geblieben letztes mal nach den ganzen schlachten und wiederholten kämpfen und ich muss ehrlich sagen auf schwer war das spiel wahrscheinlich ein wenig zu schwer ja wir suchen gerade elena wir haben sie gesehen da oben genau da oben am fenster hat sie gerade ein bisschen gefilmt für reportage und mussten paar wo ich es erstmal ausschalten also fangen wir erst mal nicht schon wieder alles klar das reicht mir jetzt auch schon wieder er gibt mir einen tipp das ist der tipp wie komme ich da hoch zum tipp oder hätte ich lange muss nein bitte sagt mir nicht dass ich muss noch mal zurück hier bin ich da noch mal hoch gekommen hier glaube ich war das hier hier man das kann doch jetzt nicht wahr sein was ich keine ahnung wo ich hochgang wird auf jeden fall muss ich anscheinend den weg jetzt hier gehen dann kann ich den leichten wo das duell verliegt doch in einer million welten und hier runter jetzt ja 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 okay ja 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 jetzt Unless die diesem he ist alles acetigkeit Okay, erst mal Energy retaken. 3, 2, 1 jetzt. Du kleiner Mistkerl hast mir so Probleme gemacht, ja? Hund. Meinst du mir ernst? Ich dachte, er ist was Wichtiges. Hier müsste so einiges vorbeischauen. Das frage ich mich seit zwei Episoden. Wieso passiert sowas eigentlich immer mir? Jack, das ist eine ganz gute Frage. Verdammt. Oh Mann, es kann doch nicht sein, jetzt mal ernsthaft. Warum passiert sowas eigentlich immer mir? 6, 1,5 Stunden später. Okay, 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 wichtig. Tschüss. Du wirst in der Falle geboren, bevor ich in der Falle sitze. Komm an, Eugene, Krabs. Komm an, Eugene, Krabs. cool gefällt mir schon besser gefällt mir auch auf jeden fall was er aber besser als die ak kommen wir nehmen die einfach mal so nah wie die ganzen pimmelberger hier kommen aber ich nehme jetzt schon wieder elf minuten auf und ich habe das gefühl ich bin nicht mal weitergekommen ich bin einfach hier gewesen und habe um mein lieber leben gekämpft egal das ist ja so ein walkthrough auch mit sich ne okay vor die serien sind helfen hier oben sind wir schon mal 1 zu ernst erklär mal wo die gerade alle her kam bitte das würde mich jetzt mal brennend interessieren es ist ein seil oder ist es das ist ein wasser fahrer da komme ich jetzt hier raus wenn jetzt nichts zum hochklettern da ist was hier ist auch was hier ist was 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 das spiel ich kann mich nicht erinnern das zu anstrengend war aber liegt vielleicht auch daran dass ich davor einfach gechillt habe und auch leicht gespielt habe krieg jetzt komme ich jetzt hier hoch nein perfekt ich meine hier hoch müsstest du doch auch kein ordner nicht muss jetzt noch mal wieder nichts gesehen ich drücke und jetzt bei wien ist schlüssel zur vergangenheit 14 minuten sind ich sag mal so ich nehme jetzt weiter auf noch so acht neun minuten und dann gucken wir mal nach wie das hier so aussieht ob es dann zähne gibt wenn ich muss der part einfach ein bisschen länger wo bist du ja nicht nicht mal du willst das gelaber hier anhören war moment mal was kann in dem turm so wichtig sein schlüssel verdammter mist hallo 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 so lassen sich doch zurück herr herr wo es wäre Dicker, ich verfluche diese Steuerung. Wo wirst du denn nichts nutzt? Na, hätte ich gedrückt. Oh, was ist das? AKV-D7, die nehmen wir mit. Einer war doch da, es waren noch zwei Leute, die auf mich geschossen haben. Ja, wollte schon sagen. BOMBAKLAT BOMBAKLAT Hallo? Hallo? Das ist ein Kopf. BOMBAKLAT BOMBAKLAT Hier. Da ist ein Kopf. Ich wollte doch nur seinen Kopf treffen, was war das denn schon wieder von der AIM hier? BOMBAKLAT KOMBAKLAT KOMBAKLAT Komm doch her du Mistkind, du Kröte du! Sie hat nichts nutzt! Komm her! Ja, schießt er hier mit halbem Herzen noch. So. Die Wächste habe ich ausgeschaltet. Komm, hol, 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 hol. Okay. Okay, okay, okay. was ist das warum wie kommen sie da die ganze zeit durch das frage ich mich jetzt nicht flachsen brokoma ich drücke doch die ganze zeit durch ich habe eine viertel sekunde nicht gedrückt und mit viertel sekunde manchmal nervt mich dieses spiel ist hier ein schatz schloss mhm naja irgendwie weiter ich glaube ich jetzt wieder eins mehr ernst so ein running gag wie oft ich hier sterbe also hier sind die beiden schlüssel gleiches symbol aber was hat das mit dem tomen zu tun ich vermute mal wir müssen irgendwo rauf wie immer hier rechts hier rechts so also hier rüber hier hoch dann so hier hoch zack rechts hoch links rüber hoch rüber hoch hier rüber was jetzt kann ich mich so schnell gerade auf meinen reflex verlassen so okay jetzt muss ich hier hoch okay ja ja oh jetzt ja 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 Ich muss jetzt gucken, da muss doch irgendwas sein. Da hänge ich mich da. Ah, ja richtig, dachte ich es mir schon. Jetzt droppen oder was? Ich bin so frei, danke. Okay, Schlüssel, Schlüssel haben wir. Ah, okay, so weit runter geht es auch. Ich dachte, ich sterbe jetzt wieder. Verhört sich mal schon in diesem Display. Okay, hier links war glaube ich der Eingang. Jep. Nein? Okay. Wo auch immer da die ganze Zeit das Feuer an ist. Wo zur Hölle ist sie? Wo zur Hölle ist die Frau? Oh man. Wo. In Ordnung. Okay Leute. Damit beende ich den Part. Ist nicht viel passiert, aber irgendwie ist viel passiert. Wir sind weiterhin auf der Suche nach Elena. Keine Ahnung ob wir sie finden werden oder ob wir jetzt hier beim nächsten schon wieder tausend mal sterben werden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Euer Nick. Hasta luego. Ich habe das Video. Man kann es einfach drauf machen.